Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Tarifrunde ist jetzt vorbei. Wir haben gerade die Übernahmetarifverträge unterschrieben. Das ging nur mit eurer tollen Unterstützung. Über 120.000 Kolleginnen und Kollegen, die gewarnstreikt haben. Genau 127.000. Aus über 1.000 Betrieben. Das ist eine super starke Leistung. Ich habe viele von euch in den letzten zwei Wochen auf den Warnstreiks gesehen. Ein herzliches Dankeschön dafür. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, die Kolleginnen und Kollegen auf die Straße zu kriegen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ohne eure Unterstützung hätten wir das heute nicht geschafft. Deshalb ist es euer Erfolg. Einen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank.